Bei Ikea gibt es gerade eine limitierte Merch-Kollektion und als ein gefleischter Ikea-Fan konnte ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Aus der Auri Tiende-Kollektion gibt es zum Beispiel Pullis, T-Shirts, Anglerhüte, Schirme. Das erste der drei Teile ist dieser Anglerhut. Es ist relativ minimalistisch gehalten, es hat wirklich nur hier so diese Ikea-Flag dran. Das ist auch übrigens nicht der einzige Anglerhut, den ich von Ikea habe. Das ist das Material von den Taschen und ich finde den so cool. Mit Zopf sieht jetzt halt alles dämlich aus. Als nächstes habe ich hier diese Einkaufstasche. Ich fand das ganz süß, weil das so ein bisschen aussieht wie so bunte Streusel irgendwie. Ja, Beutel kann man immer gebrauchen. Worauf ich wirklich am gespanntesten bin, sind die T-Shirts, weil mit den Größen, das war ein bisschen abenteuerlich. Es gibt nämlich nur zwei Größen. Es gibt S und M und dann gibt es noch L und XL. Und da ich mich absolut nicht bei Größe S sehe, weil ich bin so ein Muscly Girl, habe ich jetzt LXL bestellt. Und die Chance, dass es einfach gleich aussieht wie ein Kleid, ist gar nicht so gering. Tiny Bit Kleid mäßig ist es, aber wenn es zu groß ist, kann ich es halt immer noch kleiner nähen. Wenn es zu klein ist, dann habe ich einen Zapfen. Aber von der Farbe her finde ich es sehr, sehr cute. Der Stoff ist auch angenehm. Ja, es ist halt ein Unisex-Schnitt so. Der ist jetzt nicht super sexy. Ich könnte jetzt mal was verrufen. Ja, das ist doch schon ganz cute. Ja, es ist jetzt nichts Bahnbrechendes. Also die Farben sind halt auch relativ schlicht gehalten. Ich habe mir mit dem Pink hier, glaube ich, schon so das Coolste rausgesucht. Wie findet ihr die Teile? Habt ihr selber was davon bestellt? Und welche Farben fandet ihr davon am coolsten? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.